Guten Morgen, Internet! Das war keine kleine Anime-Katze. Aber wir sind wieder hier bei unserem wunderaufschönen Fleischbeck. Diese Woche ist viel passiert. Lara war da. Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Fand ich gut. Fand die Performance auch sehr schön. Und was noch so passiert ist, diese Woche sind die jetzt. Machen Twitch-Streamer-Songs? Wenn sie ertönt, ist eine Save, das Lied ja gleich schlippt. Juh! Juh! Oh, du warst gerade... Juh! Nicht mal gedrückt, Juh! Ich hab gedrückt, ihr habt es noch nicht gesehen. Ich wusste es. Meine Gehirnzellen brauchen viel zu lange, um überhaupt irgendwas zu verarbeiten. Ich spüre auch alle Schläge, also vier Sekunden später. Anni, check doch erst nach dem Drehblock, dass sie hier gedreht hat. Hier, überwacht mal die Zeit. Drei, zwei, wirklich bereit? Yes! Sicher, dass du Deutsch hast? Hast du schon das gelesen? Bist du Engländerin? Ja. Zwei. Ja? Ja. Ich hätte es vorher lesen können, aber... Was? Nichts! Ach, krass. Und da stellen wir erst mal fest, okay, das ist jetzt hier wirklich alles ernst. Das ist kein Spaß mehr. Weil wir erst noch glauben, dass es ein Prank ist. Also, das sieht man ja auch in der ersten Folge. Simon hat mal wieder einen Prank gemacht. Danke, Simon. Ich musste tatsächlich erst mal vor der Serie googeln, was ein Prank ist. Oh, das war ich. Ja. Ein klassischer Streich im Bioformat. Genau. Ja. Ey, ich fühl mich wie so ein Weihnachtself, der so für... Ein Weihnachtself, der ein bisschen zu viel gesoffen hat. Echt? Ich glaube, ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Fünf. Nein, es kommt schon mal auf die Sche... Warum raffert das so? Weil es schneidet das Kerl. Ah. Ah. Der f***ing Lee Boy in meinem Weihnachtsschenk. Wie heißt denn sowas? Nee. F***. Nee. Nochmal. Chips. Du isst ein Chips. Mhm. Hahaha. Kann ich einen Punkt haben? Ah, okay. Ich kann es auch blind. Kein Problem. Ich kenn diesen Prozess schon. Nicht nur ne schöne Performance und nicht nur schöne Spielerunden haben wir gemacht, sondern wir haben tatsächlich auch ein bisschen Hausaufgaben an euch gegeben. Und diese Hausaufgaben, was ihr uns da geschickt habt, das sehen wir jetzt. Amazing Hausaufgaben. Willkommen. Danke für alle Einsendungen. Vergesst uns nicht auf Instagram und Twitter zu folgen. Da könnt ihr immer mitbestimmen, wie die Folge aussehen wird. Und wir machen da ganz viele Umfragen und Fragen allgemein. Also vergesst uns nicht dazu folgen. Checkt nochmal Lara ab. Checkt auf jeden Fall auch Anni ab, unsere YouTube-Praktikantin. Und hier findet ihr jetzt nochmal eine Playlist mit allen Videos dieser Woche, die ihr euch in voller Länge angucken könnt. Außerdem noch ein anderes Funk-Format. Bis nächste Woche. Keines ist besser als unseres. Keines.